Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Frage, worauf muss ich achten, wenn ich Ostern eingeladen bin? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung eigener Praxis. Ich sage ja immer, eure Ernährungstante. Zurück zum Patientenfall. Also, ich hatte Besuch von einem Pärchen, die jetzt zu Ostern eingeladen waren, und zwar an allen Tagen sogar noch auch zum Thema Osterfeuer an dem Samstag. Und die Fragestellung kam hoch, worauf sie achten können, wenn kontinuierlich so viel gegessen wird, wenn sie nicht wissen, was es überhaupt bei den Einladungen gibt. Das heißt, wenn sie davon ausgehen können, dass es immer lecker wird und am Ende viele Kalorien gedanklich zusammenkommen oder natürlich am Ende dann ja auch im Ergebnis. Worauf können sie achten an den Ostertagen? Also, das Erste, worauf man achten kann, ist immer, klar, Gemüse könnt ihr in allen Varianten roh gekocht, gegart. Solange ihr es vertragt, könnt ihr Gemüse komplett einbauen. Da man das Gemüse natürlich nicht immer nur alleine isst, sondern in der Regel ja vielleicht mit einer Eiweißquelle, also Fleisch dazu, Fisch, Geflügel, vielleicht auch Ei dazu, was ja an Ostern mit Spiegelei gekochtem Ei, die gekochten Eier zum Frühstück, die Rühreier, kann alles gerne verzehrt werden, in dem Moment, wo es um den Wunsch der Gewichtsveränderungen geht. Wenn ich sozusagen die Eiweißquelle einbaue, kann ich immer Muskelzellen aufbauen, habe ich die Möglichkeit, vor allen Dingen, dass ich den Insulinspiegel nicht so stark ansteigen lasse. Dann sind die Eiweißquellen sozusagen vorrangig zu essen in Kombination mit dem Gemüse. An der Stelle passiert in dem Blutzuckerverlauf erstmal relativ nur gering etwas. Die Milchprodukte manchmal, wie Joghurt oder die klassische Milch, wenn ich zum Beispiel eine Kaffeelatte Macchiato oder Milchkaffee habe, ist ein bisschen Milchzucker drin, aber der Blutzucker bei den Milchprodukten läuft ja langsam. Wenn es dann in Richtung Beilage geht, Kartoffelreis, Nudeln, Couscous, was fällt mir gerade noch ein, Grieß eventuell, Kui Noa, da würde man immer versuchen, erstmal in die Hand voll reinzugehen, nicht zu viel an Beilagen nehmen. Man kann und darf natürlich nachnehmen. Also wenn ihr selber die Option habt, dass ihr euren Teller belegen könnt, würde ich immer gucken, zwei Teile Gemüse, also zwei Hände voll, Handschale voll mit Gemüse, eine Handschale voll mit Kartoffelreis oder Nudeln, Soße, zwei, drei Löffel, je nachdem, was ihr benötigt und der Teil an Fisch, Fleisch, Geflügel oder Ei dazu. Das wäre ja die warme Mahlzeit. Wenn es die Möglichkeit gibt bei Nachtisch, muss man am Ende gucken, was angeboten wird. Wenn ihr natürlich Essen habt, weil Menü essen, weil jemand anders auffüllt, dann würde ich immer gucken und ihr habt Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder Alternative dabei, immer den Gemüseanteil und die Eiweißquelle zuerst essen, weil die den Blutzucker nicht so ansteigen lassen und dadurch nicht so schnell Körperfett aufgebaut wird, weil ja der Insulinspiegel immer schneller Körperfett fördert. Wenn ich was zubereitet bekomme oder auf den Teller schon serviert bekomme, wie gesagt, dann könnt ihr sozusagen da ein bisschen mit umgehen. Wenn ihr etwas habt, was paniert ist, kann man überlegen, Schnitzel paniert zum Beispiel, dann kann man schauen, dass man vielleicht die Priorität auf das Schnitzel mit der Panade legt. Ich wäre aber etwas vorsichtiger mit Beilagen wie Kartoffeln, Bratkartoffeln. Der Hintergrund ist, die Panade ist am Ende schon eine Beilage, weil sie ja aus Brot besteht und die Panade hat ja einen Fettanteil auch noch drin, aber wenn ich beides esse, Panade in dem Fleisch oder Fisch und dann noch zusätzlich Kartoffelreis oder Nudeln, dann hebe ich den Blutzucker an und deswegen geht man immer in diese Handvoll für die Beilagen oder eben nur Panade und keine Beilage, damit der Blutzucker nicht so doll ansteigt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kann man da wählen. So, jetzt geht es ja um die Fragestellung, was ist da mit Kuchen, was ist mit Keksen, ganzen Ostereier. Schokolade ist natürlich immer mengeentscheidend. Das heißt, bei der Schokolade ist es so, dass man einfach nur gucken kann, dass ich sie langsam esse. Manchmal kann man auch, wenn es längliche Schokolade ist oder Kekse, für die, wo die Möglichkeit besteht, kann man das auch in Stücke schneiden. Das Gehirn rechnet sozusagen immer in Portionsgrößen und wenn ich dann zum Beispiel eine längliche Schokolade in kleine Stücke schneide, also kennt ihr so Schokoriegels sind damit gemeint, dann kann ich die sozusagen häppchenweise essen und das führt dazu auch bei Marzipan oder wenn ich einen Osterhasen habe und krümel den klein, dann habe ich die Möglichkeit in kleineren Portionen zu essen, dann esse ich nicht so schnell und dann habe ich auch nicht so viel nacheinander. Das heißt, da kann man probieren langsam zu essen. Wenn ihr die Option habt, dass ihr eine Eiweißquelle essen könnt, also zum Beispiel Quark, Joghurt, Vanille, Quark, vielleicht auch mit ein bisschen Früchten, dann kann man sich natürlich auch etwas Schokolade oben drauf streuen. Das hat den Vorteil, dass etwas Sättigungseffekt kommt. Auch bestimmte Ostereier, je nachdem die mit Füllung sind, sind natürlich nicht unbedingt, also wer es mag, kann es gerne machen, aber in der Regel nicht so gut zum Schneiden. Wenn die Füllung etwas fester ist wie bei Nougat oder fester Creme, dann geht das, dann kann man es auch klein schneiden und mit oben auf den Quark drauf. Kann ich mir zum Beispiel wunderbar, wenn es jetzt Obst gibt, sehr gut vorstellen. Ich selber mag Schokolade sehr gerne und ich würde nicht in das Verbot gehen, weil das Gehirn auf Verbote negativ reagiert. Das heißt, was kann man machen? Die Menge ist entscheidend. Also vielleicht bewusster da ranzugehen und zu sagen, okay, ich esse jetzt nicht gleich die ganze Tüte auf, sondern vielleicht mal eins nach dem anderen. So, was haben wir denn noch an Ostern? Eiweißquelle habe ich schon gesagt. Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei könnt ihr natürlich gerne nutzen. Wenn es Kuchen gibt, habe ich eine Auswahl an Kuchen, würde ich gucken, gibt es irgendwo einen Quarkkuchen, gibt es irgendwo einen Käsekuchen, wenn die Möglichkeit besteht. Ansonsten kann man bei Kuchen, egal was es ist, auch wenn es Torte ist, wenn es Gebäck ist, dann könnt ihr gucken, dass ihr das auch langsam esst. Kleine Stücke schneiden und dann sozusagen auch portionsmäßig mit der Gabellöffel, je nachdem wie die Speise verzerrt wird, weil wenn ihr langsam esst, habt ihr die Möglichkeit, dass das Gehirn in den Portionsgrößen mitzählt. Dazu gibt es Studien, die man gemacht hat und die haben gezeigt. Ich habe es auch selber ausprobiert. Es funktioniert total gut, aber man muss tatsächlich gabelweise langsam essen. Dann zählt das Gehirn mit. Und nach einer gewissen Portionsgröße ist es häufig so, dass das Gehirn dann sagt, ja, Sättigungseffekt, nur ist gut hier. Der Hintergrund, warum wir häufig schnell mehr essen, ist, dass die Verfügbarkeit von bestimmten Lebensmitteln wir uns ja manchmal selber verbieten. Das kennen einige von früheren Diäten. Und wenn dann Oster ist, ach, ist ja egal, kann ich jetzt trotzdem essen. Also wir wollen ja auch nichts verbieten, sondern Menge ist entscheidend. Was mir immer hilft, ist, dass ich gucke, wen haben wir denn um mich rum, wer isst vielleicht auch ein Stück Kuchen mit mir zusammen. Ja, das kann man auch machen, dass man sagt, okay, ich nehme ein Stück, weil man vielleicht nur ein ganzes Stück bestellen kann oder bekommt, oder die das nur in der Menge so auffüllen. Und man will vielleicht auch nicht Nein sagen. Gibt es auch manchmal gegenüber den Personen, die wir da haben. Dann gibt es die Option, dass man sagt, vielleicht isst jemand die andere Hälfte mit. Dann kann man sich das teilen. Das wird zum Beispiel Marzipantorte, Schwarzwälder Kirschtorte. Wenn man dann sagt, schmeckt lecker, aber vielleicht reicht mir ja auch die Hälfte. Dann kann man zum Beispiel überlegen, ob man es teilt. So, Kuchen haben wir, Ostereier haben wir, lecker essen haben wir. Nachtisch. Genau. Wenn es Nachtisch gibt, kann man nur am Ende genauso mit umgehen, wie mit den Dingen. Guckt, dass ihr den Sättigungseffekt im Schwerpunkt über Gemüse und die Eiweißquelle bekommt. Je nachdem, welcher Nachtisch jetzt ist. Es gibt ja die häufig Obst, Obstsalat, vielleicht Quackspeise, vielleicht Vanillepudding, Schokoladenpudding. Heute war ich auf einer Veranstaltung, da hat es Eis gegeben. Und auch da, ihr dürft es essen, wenn ihr das alles verbietet, dann isst man eh automatisch. Und wenn ich das eine nicht esse, esse ich zum anderen Zeitpunkt was anderes. Warum? Weil das Gehirn mit Verboten nicht so gerne umgeht und am Ende häufigere Verbote eher zur Gegenreaktion führen. Das heißt, auch bei Eis wäre jetzt die Frage, könnt ihr die Menge dosieren, weil vielleicht abgeschnitten wird. Dann kann man sagen, nee, ich möchte nochmal ein kleineres Stück, ich nehme lieber nach. Oder man teilt sich das wieder mit jemandem. Wenn es Eistüte ist oder komplettes Eis, kann ja Eistüte, kann ja so klein sein, gibt auch so große Eistüten. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger und häufig ist es so, wer gerne Eis isst. Ich esse auch gerne Eis. Ja, was ist so ein Eis? Isst man schnell auf. Also, auch da ist die Frage, habe ich die Wahl, kann ich eben gucken, kriege ich es noch rein, möchte ich es noch, kann ich es kleiner schneiden. Ansonsten, wenn ihr ein großes Eis habt, dann ist es eher so, dann kann man es nur aufessen, wenn man sich dafür entscheidet. Und was mache ich dann, wenn ich merke, es ist doch in Ostern wieder mehr geworden, ich kenne mich ja. Dann ist ganz wichtig, dem Gehirn bitte nicht sagen, ich habe wieder so viel gegessen, sondern ihr könnt dann in die Bewegung gehen. Wenn es nicht an den Tagen selber geht, dann vielleicht an den Folgetagen. Und zwar ist es so, dass man immer sich vorstellen kann, dass ich für alles, was lecker ist, Pizza, für großes Eis, für ein Stück Kuchen ungefähr anderthalb bis zwei Stunden Bewegung brauche. Warum? Ich muss den Zucker, das Fett, die Kalorien wieder abarbeiten und daher immer, wenn es lecker wird und es kommt noch mehr, Dann könnt ihr immer sagen, okay, muss ich die Folgetage, wenn jetzt drei Tage Ostern lecker geschlemmt hat, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was ihr pro Mahlzeit an Bewegung braucht. Und an der Stelle ist es häufig so, dass das Gehirn mitdenkt und man etwas vorsichtiger ist, aber Stück Kuchen ein, anderthalb Stunden für das, was leckeres drin ist. So das Mehl und der Zucker und die Sahne vielleicht und auch der Anteil an Obst oder an Getreide. Aber beim Eis genauso. Oder an den Ostereiern zum Beispiel kann man es auch gut festmachen. Wenn ihr so einen Osterhasen habt in einigermaßen normaler Größe, wie man diese alle durchschnittlich kaufen kann, müsst ihr eine, anderthalb Stunden mindestens Bewegung haben. Wenn ihr ein Osterei habt, ich sage jetzt mal ungefähr so, ja so die Größe, indem wir mal so ein bisschen so Eigröße in Schokolade für die Vorstellung, dann würde ich je nachdem, ob es gefüllt ist oder nicht gefüllt ist, brauchen wir auch ungefähr diese Stunde. Und dann haben wir zwei, drei Pralinen, die ungefähr so auf den Handteller drauf gehören. Da passen ja so drei, vier drauf. Müsst ihr auch mindestens eine Stunde euch bewegen für den Anteil an Zucker, an Fett, also die Kalorien, die kommen. Und daher ist die Schwierigkeit immer, wenn wir zu viele Kohlenhydrate haben, zu lange, zu viel an den Ostertagen und dann noch über Tage hintereinander, dann brauche ich die Bewegung, wenn ich es mit dem Essen nicht kompensieren kann. Weil der Körper speichert alles, es bleibt hängen und es wird am Ende, da unten kann ich jetzt nicht zeigen, aber am Bauch, kennt ihr alle, Oberschenkel, natürlich gespeichert. Und warum? Weil der Körper die Energie nicht verbraucht und wir irgendwann schlafen gehen. Also Bewegung nicht vergessen, gesund Essen einbauen. Und ich wünsche euch jetzt ganz liebe Ostertage, auch wenn ihr das nach Ostern sehen solltet, das Video, hoffe, dass ihr Dinge mitnehmen könnt, weil das gilt ja nicht nur für Ostern, sondern natürlich für alle Feiertage, die wir so haben. Ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt mir gerne, was euch bewegt und ganz liebe Grüße, schöne Ostertage, eure Sandra.